Mir kommen die Wurst. Ich muss raus. Scheiße, ich habe keine Kohle mehr. Oh, die Wurst, die habe ich im letzten Weib ewig gesucht. Nein, ich Idiot. Oh nein, ich trottel. So ein Scheiß. Meine Wurst. Und so bei dir? Alles gut? Ja. Und bei dir? Ja, kaputt bin ich. Kaputt bist du? Ja. Ja. Besten Voraussetzungen für abends nochmal eine schöne Runde zu machen. Eine lange Session zu machen, oder was? Ja. Mein Arkel zieht das Ding mega scheinbar. Oh, drei Leute. Oh, ich bin tot. Alter, wie schnell. Alter. Kann doch wohl nicht wahr sein. Ich war schon einen Berg runter. Ja, ich bin auch runtergesprungen. Gab es aber wahrscheinlich noch einen ins Genick. Oh, jetzt war ich. Ja, genau. Bei mir auch. Klopf Nacken. Im Sprung, als ich unten war. Klaus? Ja? Lass mich warten. Ja, ich bin raus. Was? Lebendig? Ja. Oh, ich hätte mich verschätzt. So, was soll das denn? Was soll das? Ich hätte jetzt gedacht, dich haben sie mit den Füßen raus rausgebracht. Junge, dengner. Dengner. Ich weiß nicht. Salewas ging, glaube ich, im letzten Vibe gut. Aber was ich ewig gesucht habe, war die Wurst und Sticks. Maßband habe ich ewig gesucht. Und das hatte ich auch relativ schnell. Aber Sticks und Wurst. Das war so. Das waren meine Problemzonen. Paul, was denkst du, ob Benji heute noch kommt? Ich denke fast nicht, oder? Ja, glaube ich. Mit der PC-Situation. Oh, wie brauchte man die Wurst nochmal? Die brauchte es ja für Streets. Man musste, glaube ich, die Läden besuchen und die Wurst abgeben. Okay. Ich habe ja jetzt gerade eben eine Wurst gefunden. Die habe ich jetzt gerade mitgenommen als Nahrung. Ach, jetzt kannst du ja auch fressen. Jetzt ist nicht mal Found in Raid. Man möchte ihm am liebsten gleich direkt beim Reinkommen eine Kugel geben. Bist du an deinem Bus? Ich renne jetzt. Ich renne jetzt gerade. Das ist der Sniper vom Turbo, oder? Ach, der Sniper oben. Der Sniper. Nein! Das dumme Schwein! Da wühlt unten in unserem Lut rum. Ja, das denn auch. Wie jetzt knallt der Hegel aus. Das hat mich nicht passiert. Faucht er noch? Ja, 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 ja. Was ist hier? Kappen. Es waren zwei. Es waren zwei. Es waren zwei. Nein. Oh, nein. Ein Chile noch auf der Sniper bei. Oh, ich bin tot. Ja, scheiße. Ich bin rechts von dir. Jetzt bin ich hinter dir. Oh, hier unten laufen welche. Bei den Hütten. Zwischen den Hütten rechts. Ja, ich sehe es. Ich sehe es. Ist da eine Hütte drin? Ja. Ja. Ich bin auch oben auf dem Felsen, ne? Zwei, ne? Mhm. Sind die da hinten weg? Die sind hinten lang Richtung Panzer. Das kann sein. Dass die uns... Ich bin tot. Ja, ist klar. Ist klar, komm. Vergiss es doch einfach. Es war dann wieder eine Pistole oder eine SKS. Irgendeine Scheiße. Ja, ich habe eine Handgranate. Einer habe ich erschossen. Ich habe bezahlt. Ich auch. Hä? Ich sehe nur, dass einer bezahlt hat. Ich sehe... Hast du wirklich bezahlt, Klaus? Läuft bei dir die Uhr? Ja, ich habe ich. Okay. Na los. Hm. Tja. Scheint ein Bug zu sein, ne? Ja. 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 Was ist denn das? Ey, was fliegt denn hier einfach mal? Das war's. Das war's für heute. Oh, wieso war er denn nicht tot, Alter? Oh, wieso war er denn? Das war's für heute. Das war's für heute. Vielen Dank. Das war's für heute. Was ist denn das für eine Scheiße? Was ist denn das für heute? 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 Was ist denn das für heute?